Die Filmanalyse Die Filmanalyse spielt einen homophoben Texaner namens Ron Woodruff, der an Aids erkrankt. Die Grenzen, die er ein Leben lang gezogen hat, werden nun durchlässig. Doch der Staat verhindert, dass hilfreiche Medikamente ins Land kommen. Der Staat ist fest verbandelt mit der Pharmazieindustrie und deswegen kommt Woodruff auf einen genialen Gedanken. Er gründet sozusagen einen Start-up, einen Buyers Club und importiert illegal hilfreiche Medikamente. Dabei lernt er den Transvestiten kennen, den er erst natürlich ablehnen muss. Er wird grandios und souverän gespielt von Gerald Leto. Doch dann erzählt Valé uns natürlich keine Liebesgeschichte, also Schmalztöpfe, die spart er hier aus. Aber er erzählt die Geschichte einer zarten Freundschaft. Woodruff war immer in einer Wertewelt gefangen und Werte implizieren auch immer, dass man anderen eben den Unwert zusprechen kann, dass sie es nicht wert sind. Doch diese Wertewelt verlässt er und er kämpft für die Würde. Und das ist wirklich ein beeindruckender Film. 12 Years a Slave von Steve McQueen Wenn man versucht, das Undarstellbare darzustellen, dann muss man tradierte Bildmuster verlassen. Die Leiden der Sklaverei können nicht einfach erzählt werden mit realistischen Mitteln. Es genügt nicht, minutenlang Peitschenhiebe zu zeigen. Es führt zu nichts, außer vielleicht zu dem Gefühl beim Zuschauer, gut, dass man sich dem mal gestellt hat. Ein Film über die Sklaverei könnte auch ein Film über die Undarstellbarkeit von Light sein. Die Lücke, die Kluft könnte selbst Thema des Films werden. Doch 12 Years a Slave führt einfach eine Hollywood-Bildtradition fort und glaubt, dass die Bildtradition, die rassistisch begann, nun einfach wieder weiß gewaschen werden kann durch ein bisschen Political Correctness. Und das geht in der Tat schief. Nebraska von Alexander Payne Bruce Dern spielt einen alten, verwirrten Alkoholiker, der glaubt, er habe eine Million Dollar gewonnen. Dabei fällt er auf ein Werbeschreiben herein. Und keiner kann ihn davon abbringen. Und so macht er sich auf dem Weg von Montana nach Nebraska, um diese Millionen Dollar entgegenzunehmen. Der Schwarz-Weiß-Film ist insofern wunderbar, dass ihm Momente voller Skurrilität gelingen. Momente von zerplatzten Träumen in der amerikanischen Provinz. Nebraska ist ein netter Film und durchaus unterhaltsam, aber er hat bei der Oscar-Verleihung eigentlich nichts verloren. Dann könnte man auch jeden Kuschel-Arthouse-Film aus Europa plötzlich für den Oscar nominieren. Denn letztlich ist das alles ein bisschen banal und letztlich fällt der Film auch auf die falschen Glücksversprechungen des amerikanischen Traums herein. So als gäbe es keine Alternative zum American Way of Life. Philomena von Stephen Frears Philomena wird gespielt von Julie Dench. Sie ist eine einfache, tiefgläubige Frau mit einer Vorliebe zur Trivial-Literatur. Und sie hat ein großes Schicksal. Ihr wurde der Sohn entrissen in einem irischen Kloster und zur Adoption freigegeben, weil sie unehelich schwanger geworden ist. Diese unglaubliche, aber wahre Geschichte, die sich dann ereignet, denn sie macht sich nach einem halben Jahrhundert auf die Suche nach diesem Sohn und wird begleitet von einem investigativen Journalisten, diese unglaubliche Geschichte hätte einen besseren Film verdient. Denn ästhetisch begibt sich Stephen Frears in die Kitschwelten von Philomena, über die er sonst so gerne spöttelt. Die vielen Rückblenden sehen aus, als sei da noch was übergeblieben von Downton Abbey. Das Drehbuch ist dann auch liberal bis zur Selbstgefälligkeit, was natürlich im Nachhinein einfach ist. Doch immerhin zeigt der Film am Ende einen Akt des wahren Glaubens, der einen vollkommen umhaut und der einen noch lange beschäftigen wird. Und dieser Akt des Glaubens macht vieles wieder gut. Gravity von Alfonso Cuaron Es ist eine zum Himmel schreiende, oder sollte ich besser sagen, zum Weltall schreiende Ungerechtigkeit, dass All is Lost keine Oscar-Nominierung erhalten hat. Robert Redford, hundert Minuten lang, allein auf einem Segelboot, schweigsam im weiten Meer. Ein Film über Abstraktion und Figuration, vielleicht ein Film über den letzten Menschen. Stattdessen Gravity. Sandra Bullock begibt sich auf einen New Age Selbstfindungstrip ins Weltall. Kein Wunder, der Jakobsweg ist ja inzwischen auch äußerst überfüllt. Doch dieser Film handelt nicht von Leere, von Einsamkeit, vom Nichts. Er strebt lediglich eine digitale Vernetzung an und gleichzeitig eine ökoromantische Ganzheitlichkeit. In Gravity drückt sich perfekt die Silicon Valley-Ideologie aus. Gerade bauen ja der Apple-Konzern und der Facebook-Konzern neue Firmengebäude. Dächer aus natürlichen Landschaften und im Glaspalast ein Dschungel. Technik wird naturalisiert und Natur technisiert. Hör von Spike Jonzey. Turkin Phoenix spielt Theodore, der im digitalen Zeitalter im Auftrag für Fremde Liebesbriefe verfasst. Und selbst, wie man so schön sagt, im realen Leben wenig Glück in der Liebe hat. Theodore entscheidet sich deshalb, eine virtuelle Beziehung zu einer Frau aufzunehmen. Er kauft sich ein Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz. Dieses Betriebssystem nennt sich selbst Samantha. Das Verhältnis zwischen Samantha und Theodore wird auch immer inniger. Er verliebt sich in sie und da ist nur noch das Problem des Körpers. Jonzey variiert hier seinen Film Being John Malkovich. Hör zeigt uns, das Problem an der Technik ist nicht, dass sie zu technisch ist, sondern dass sie zu menschlich ist. Von den nominierten Filmen ist das wirklich ein wagemutiger Film und das sollte man auch honorieren. Aber es ist auch so, dass nicht wirklich eine gelungene Bildsprache für das Digitale von Jonzey gefunden wird. Und da Samantha nur durch die Stimme präsent sein kann, hat das Ganze auch oft etwas von einem Hörbuch. Wir sollten uns natürlich bei diesem Film mit Theodore identifizieren. Aber viel interessanter ist es, wenn wir ganz kontraintuitiv an die Sache rangehen. Sind wir nicht längst wie das Betriebssystem Samantha? Mobil, flexibel, offen für alles, promiskuitiv, nicht festgelegt, mit tollen Soft-Skills. American Hustle von David O. Russell Im Jahre 1975 wurde Roman Polanskys Meisterwerk Chinatown für 11 Oscars nominiert und erhielt schließlich nur einen für das Originaldrehbuch. 2014 wird American Hustle für 10 Oscars nominiert. Warum erzähle ich das? David O. Russell gibt Chinatown immer wieder als großes Vorbild für American Hustle an. Und was die Nominierung angeht, sind die beiden ja auch fast gleich auf. Wenn man aber die ästhetischen Qualitäten betrachtet, dann liegen zwischen den beiden Filmen Kinowelten. American Hustle schmückt sich lediglich mit fremden Federn. Es ist wie mit den elendigen Musicals, die einfach nur noch einmal irgendwelche alten Stars aufleben lassen. Hauptsache nichts Neues, lieber in der Nostalgie schwelgen. American Hustle ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Ansprüche vielleicht generell gesunken sind und Hollywood nur noch alten Zeiten nachtrauert und gleichzeitig verhindert, dass etwas Neues entstehen kann. Und American Hustle ist ein Beispiel dafür, wie überschätzt die Oscar-Verleihung doch eigentlich ist. Captain Phillips von Paul Greengrass Tom Hanks spielt, wie immer souverän, einen Kapitän, der von somalischen Piraten entführt wird. Migräneanfällige, Epileptiker oder Menschen mit Kreislaufstörungen sollten diesen Film meiden. Der penetrante Einsatz der Wackelkamera könnte schwere gesundheitliche Folgen haben. Doch auch alle gesundheitlich Stabilen können getrost auf Captain Phillips verzichten. Denn dieses 130-minütige naturalistische Piratenabenteuer mit globalisierungskritischem Anstrich langweilt nicht nur kolossal, es ist auch eine Zumutung für die Augen. Greengrass will seine Zuschauer durch seine hektischen und nervösen Schnitte durch pulsierende Kameraführung in eine fieberhafte Stimmung versetzen. Doch diese energierende Strategie macht lediglich seekrank. The Wolf of Wall Street von Martin Scorsese Dies ist mit Abstand der beste Film auf der Nominiertenliste. Und überraschenderweise stammt er von einem Altmeister. Martin Scorsese hat sich zwar hier nicht neu erfunden, aber er hat seinem großen Werk eine ungeahnte neue Wendung gegeben, inhaltlich wie ästhetisch. Martin Scorsese ist es gelungen, konkrete Bilder für einen sehr abstrakten Vorgang eben für die Börse zu finden. Und auch die Erzählstruktur von The Wolf of Wall Street funktioniert wie ein auf- und absteigender Börsenkurs. Moralische Kapitalismuskritik gibt es ja mittlerweile an jeder Ecke. Doch Scorsese geht einen anderen Weg. Er versucht es mit Akzeleration und Affirmation und ist dabei wesentlich subversiver. Leonardo DiCaprio, mittlerweile ja schon Oscar überreifes Schauspiel und die auch sonst hervorragende Besetzung, lassen dieses Kinoerlebnis nicht nur zu einem intellektuellen Erlebnis werden, sondern auch zu einem sinnlichen. Leonardo DiCaprio spielt einen Verführer und Scorseses Film ist bravouröse Verführungskunst im selbstkritischen Bewusstsein von Tarkovskys Satz Wir schauen nur, aber wir sehen nicht. Sie sehen nicht mehr kommer, ich weiss nicht mehr ist und überfordert denacular Feste lumbering, den Musik wird sich corren Mid ранst. upun-Pol Abschnittem birthdays mit rum, um uns Alexa herumzusetzen ein kleines Erlebnis und varm�tes Defekt力 networks zum Status undうわ feinst Gör� deter puedes breedteACKün woanders es ist sehr, was davon schwer wie eine große Gefahrung angeht,